Jetzt frotteln! Ey! 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 Warte! Ich versuch's! Ich versuch's! Ich versuch's! Hahaha! Sehr geil! Versuch's mal Michelle zu treffen! Wo denn? Dann in der Tretel! Andere sind schon in der Tretel! Andere sind schon in der Tretel! Andere sind in der Tretel! Wo geht's oder wo? Oh! Oh! So, jetzt kommt die dicke Bertha! Die original Wasserstoffbombe! Wow! Ey! Wo ist denn? 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 Ja, das ist schon okay. Wo ist er denn? Da in der Schlange. Das ist ein bisschen weiter. Da in der Schlange, da kommst du nicht hin, beim Bier holen. Wo denn? Da, den schwarzen Kappen. Ah, da. Doch, Tatsache. Dirk. 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 Ja, das ist ein bisschen weiter. Dirk. 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 Musik 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 Ja, das ist der Karte, der Herr Fark. Ey, ihr verratzt, du scheiß Winster!